Oh mein Gott, da kommt ein Sith aus dem Boden. Denn heute heißt es helle gegen dunkle Seite in der Advanced Light Tapers Mod in Minecraft. Aber bevor wir jetzt kämpfen, zeige ich euch mal lieber, was die Mod alles kann. Zum Beispiel kann man sich mit diesem Teil hier eigene Lichtschwerter bauen. Diese bestehen aus Kristall, so einem Teil, der Öffnung, dem Switch, dem Griff und dem Ende. Und es gibt auch noch zwei extra Dinger. Da kann man zum Beispiel ein Cracked Kyber Crystal reintun. Und dann flackert das Lichtschwert oder den hier, was das Lichtschwert grün macht. Das ist aber gar nicht so geil. Und dann kann man sich so ein eigenes Lichtschwert erstellen. Das ist auf jeden Fall schon sehr cool. Aber falls ihr das nicht machen wollt, gibt es auch schon vorgefertigte, wie zum Beispiel das Darksaber. Oder hier ein grünes Lichtschwert. Allerdings gibt es dann auch noch das hier. Und das Ding ist wirklich sehr interessant. Denn hier kann man Kräfte bekommen, wenn man XP hat. Jetzt habe ich jede Menge XP. Und dann seht ihr hier schon so Basic-Fähigkeiten für beide Seiten. Und es gibt die helle sowie die dunkle Seite. Mit jeweils drei Fähigkeiten. Was sehr viel Sinn macht, weil man eh nur drei auswählen kann. Also würde ich sagen, gehe ich erstmal auf die helle Seite. Ich habe mir jetzt hier ein paar Kräfte der hellen Seite geholt. Da können wir die gleich mal austesten. Das hier sind die Kräfte der hellen Seite. Das hier sind so Basic-Kräfte. Master Force Fortify. Wir haben Master Heal. Und wir haben Force Stasis Field. Okay, da habe ich selber noch nicht so ganz verstanden, was die macht. Ah. Da ist die Heal-Fähigkeit dann doch bess... Hä? Ich habe kein Heal bekommen. Blade Throw. Eine Force Wave. Und Master Energy Resist. So, was ist Master Energy Resist? Okay. Hallo, tschüss. Was war in der 1.7 in einem Tempel drin? Wir finden es raus. Ja, moin. Das ist Wolle. Oh, drei Dias. Ja, moin. Wie sahen denn damals noch die Icons aus? Oh mein Gott. Vier Hochzuckerrohr gab es damals auch schon. Was die dunkle Seite kann, will ich euch vor dem Battle allerdings noch nicht spoilern. Oh mein Gott, da kommt ein Sith aus dem Boden. Oh nein. Ah, du wirst jetzt zerstört. Oh nein. Bro, bro, übertreib. Zurück mit dir, Jedi. Ich habe keinen Plan mehr, was meine Powers machen. Ja. Nein, 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 nein. 1 zu 0 für den Jedi. Wir spielen bis 5, würde ich sagen. Hello. Nope. Ah. Nope. Nope. Ah, ich kann nicht. Wieso hebe ich dich nicht an? Ah. Bro, tschüss. Ey, das macht irgendwie gar nichts. Stopp. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Warte mal, komm mal her. Bro. Warte mal, was macht das hier? Ich will mal testen. Ich verstehe das nämlich nicht. Da leuchtet was. Das ist so bubbelförmig. So rund halt. So halbkreis. Was macht das? Was macht das jetzt? Ein Schild ist es nicht. Ja. Ja. Vortification. Oh mein Gott. Guck mal, du hebst sogar die Arme so hoch. Nein, ich habe keine Energie. Wir nehmen uns mal lieber die Arrüstung, dann wird es vielleicht spannender. So, jetzt das große Battle. Best of three. Sith versus Jedi. Wir machen so... Nee, komm, mach hier und wir machen so richtig billomäßig in Erde-Dings drüber. Oh nein, da kommt ein Sith aus dem Boden raus. Hä, wieso hebt es mich noch hoch? Wuuuuh, tschüss. Ja, das macht viel damit. Nein, wieso macht mein Heal-Dings nix? Oh, du hältst viel mehr aus. Was ist das? Hä? Der kam nicht so wärmig daneben. Fürchte dich vor meinem gefährlichen Rachen. Haha. Warte, nein. Warum gewischt es nur das Schwein? Ah, lauf, lauf, lauf. Lauf. Juhu. 1 zu 0 für die Jedi. Da, fang. Ah. Gar nicht. Ja. Wir können beide nix machen. Hä? Ich hab den Block abgebaut. Was ist das? Und warum höre ich deinen Sound? Hä? Bro, was? Das ist ein Glitch in der Matrix. Nope. Bro, immer noch am Kauf. I have the high ground, Anakin. Weg. I have the high ground. Noch eins weg. I have the... Warte, wir brauchen Lava. Jetzt, komm her. Komm in meine Rechants, kann ich dich nicht schlagen. Ich hab den high ground, hallo. Ich hab den high ground. Ich hab den high ground. Jo, tschüss, Bro. Ich brauch einen Wassereimer. Oh, never mind. Jo, ich krieg ja keinen voll damage. Das ist cool. Ah. Hui. Ha, du kriegst voll damage. Dir bringt der high ground nix. Ha, ha, ha. Juhu. 2 zu 1 für Jedi. Ich muss auch gar nicht kurz überlegen, in welchem Team ich bin. Ha, ha, ha. Warte, warte. Ich glaub, das ging in der Version noch nicht. Du musst dich auf den vorderen Block stellen. Du musst mir vertrauen. Mach ich aber nicht. Warte, ich rette dich. Ich rette dich hier, 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 hier. Bro, ich wär gestorben. Nein. Doch. Ich hätte dich gerettet. Nein, hättest du nicht. Ey, wieso kannst du noch was abfauen? Guck mal, wie heftig ich hier baue. Tschüss. Ich hab trotzdem den high ground. Wie kannst du damit halten? Und stopp. Ey, wie kannst du noch laufen? Oh, stopp, stopp. Nein, du hast jetzt stopp. Zack. Ja. Nein. Aha, ich hab aber immer noch den Blade Throw. Ich treff nix. Ja. Ohli. Nein, nein, nein. Ohli, moli, Macaroni. Komm her. Eine Kristallhöhle. Was für eine Kristallhöhle? Das ist eine normale Höhle. Tschüss. Das sieht man an zu diesem. Ah, oh mein Gott, cool. Ja, krass. Das hab ich noch gar nicht vorgestellt, by the way. Ich komm hier nicht raus. Ich muss raus. Tschüss. Rein da. Man hört so aus Sound, aber es passiert nichts. Nope. Hä? Bro, mein Stun macht nix. Zurück. Ja. Ja, tschüss, Bro. Epischer Shot. Boah, richtig krass. Bro, ich bin zu dumm, das TNT... Nein. Bin zu dumm, TNT anzuzünden. Es ist nicht dahin geflogen, wo es hinfliegen sollte. Viel Spaß. Nope. Hä? Was hat... Digga, es hat drei Hühnchen gestand. Ich würde sagen, das ist ein guter Tag für die Jedi. Und dann lasst doch gerne noch ein Abo da, falls euch das Video gefallen hat. Tschau.